So, okay, Mikro steht, Kamera, können wir eigentlich anfangen, oder? Yes, Leute! Ihr seht es im Titel, ihr seht es an mir, ihr seht es an eurem Facebook, nee, was sage ich, Facebook, YouTube-Feed. Jetzt gehen wir los, neues Schuljahr steht an, ich bin back in the game nach der Sommerpause und jetzt geht's wieder los. Ich hab mega Bock drauf, das wird jetzt erstmal nur ein kurzes Video, um euch Bescheid zu sagen, so, yo, here I am, back again. Mich interessiert jetzt natürlich vollkommen, was bei euch in den letzten zwei Monaten abging, das heißt, das bitte einmal in die YouTube-Kommentare reinschreiben und vor allem, das ist mindestens genauso wichtig, was wollt ihr in Zukunft an Videos hier sehen? Also, was sind gerade eure Fragen? Dieser Kanal dient einzig und allein, dass eure Probleme in Bezug auf das Abitur so gut, wie das durch YouTube-Videos eben möglich ist, zu lösen. Deswegen, was sind eure Gerätenfragen? Was klickt ihr euch gerade, jetzt auch am Schulanfang, am Herzen? Was sind eure Sachen? Schreibt das, schreibt das, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne 19 Video-Vorschläge in einem Kommentar machen. Früher oder später werde ich sowieso auf alle eingehen, diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen das. Deswegen, das hier nur als kurzes Update, ab jetzt geht es wieder los in gewohnter Form und Fülle. Also, ob das Sinn gibt, keine Ahnung. Genau, morgen wird nochmal ein Erklärungsvideo kommen, wo ich die ganze Zeit war, was ich so gemacht habe. Das heißt, dass auch ihr von mir wisst, was ich getrieben habe. Und dann wisst ihr quasi, weiß ich, wie es bei euch war, durch die YouTube-Kommentare und ihr über das Video, was bei mir abging. Dann sind wir quasi wieder einigermaßen on the same page. Und dann können wir wieder Gas geben und geile Noten schreiben. Deswegen, ich freue mich zurück zu sein. Ich freue mich, euch wieder zu sehen, auch wenn es hier erstmal nur die Kameralinse ist. Und ja, habt wieder Bock auf eure Kommentare, auf eure Daumen. Und ja, deswegen, in dem Sinne. Und jetzt kommt wieder das altbekannte, beliebte Intro, äh, Outro. Ihr merkt schon, ich muss mich an das Sprechen noch ein bisschen gewöhnen. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich das jemals verlernen könnte. Aber da komme ich hier wieder rein. Deswegen, in diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Ich freue mich auf ein Schuljahr mit euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns im nächsten Video.